Der Cynamax S210 ist super einfach, weil durch One-Cable-Connection ist der Vertrahtungsaufwand minimal. Beim Vertrahten können keine Fehler passieren. Man braucht kein Spezialwissen über Antriebssysteme. Auspacken, anschließen, über einen Webserver verbinden und nach drei Minuten bewegt sich etwas. Die Einbindung im Tierportal ist mithilfe der Technologieobjekte super einfach. Jeder kriegt das hin. Er ist klein und handlich und benötigt nur wenig Platz im Schaltschrank. Ich bin ein sehr kritischer Mensch, aber vom Servoumrichter S210 bin ich richtig begeistert. Siemens, Ingenuity for Life Ich bin ein sehr kritischer Mensch, aber das ist ein sehr kritischer Mensch. Ich bin ein sehr kritischer Mensch. Ich bin ein sehr kritischer Mensch. Ich bin ein sehr kritischer Mensch. Untertitelung des ZDF, 2020